Willkommen zurück. Bevor wir weitermachen zu unserem nächsten Ziel, zeige ich euch gerade noch die neuen Zauber von Rocky, denn die habe ich euch in unserem letzten Video vorenthalten und das soll natürlich nicht sein. Fangen wir mit Lisa. Wo haben wir ihn? So, Rocky. Zauber Nummer 1, Steinklinge. Ähnlich, man sieht es glaube ich auch schon vom Symbol her, ähnlich wie der Zauber von Froster, verzaubert die Waffen der Charaktere. Und belegt ihn mit einem Stein-Zauber. So, Toho-Antrieb. Man könnte meinen, er lässt einen schneller laufen, ist aber leider nicht so. Erhöht die Trefferchance und die Chance auszuweichen. Nützlichkeit, ja, ich werde ihn auch eher weniger nutzen. Das ist ein ganz nützlicher Zauber, die Schutz-Aura. Kostet zwei Punkte, geht noch einigermaßen, erhöht die Verteidigung bzw. die Abwehr unserer Charaktere. So. Was hat die gute Kiki denn zu bieten? Rocky. Die Schlammbombe. Ein, in Anführungszeichen, normaler Angriffs- und Schadenszauber. Haut ziemlich gut rein. Ist auch bisher immer einer meiner Lieblingszauber gewesen, den ich sehr oft genutzt habe. Aus zwei Gründen. Kostet nur drei Punkte, was im Moment zwar noch recht viel ist, aber unsere Magie-Punkte erhöhen sich auch noch. Und es gibt sehr viele Gegner, die anfällig gegen Schlammbombe sind. Also ein sehr brauchbarer Zauber, den wir noch sehr, sehr oft sehen werden. Ebenso wie der Juwelenregen. Ist ein bisschen günstiger, macht auch ordentlich Schaden. Vorteil natürlich, da wir Rocky jetzt schon haben, wird Rocky immer gut mitleveln. Was dann bei neueren Geistern, die dann erst bei nur wieder anfangen, dann nicht so dafür all sein wird. Und der Efallmantel macht keinen direkten Schaden, sondern wurzelt die Gegner im Prinzip fest, sodass sie sich nicht mehr bewegen können, bzw. ich glaube auch nicht mehr agieren können. Also auch keine Fernkämpfe bzw. Zauber wirken können. Bin ich mir aber nicht so 100% sicher. Okay, weiter geht's. Wir nehmen wieder den Notausgang hier raus. Auch diesmal wieder die Levelzeit genutzt. Waffen alle auf Maximum und auch die beiden Geister sind alle auf Stufe 2 bei beiden Charakteren. Das heißt, jetzt kann es richtig losgehen. Der Feuermutant, der war ein bisschen übel. Würde ich Froster auf Level 1 gelevelt, es wäre deutlich besser geworden. Der Schad der Frost wäre viel stärker gewesen und auch die Heilung. Aber genug davon, wollen wir uns wieder unseren Aufgaben widmen. Die Wespen ignorieren wir immer halbwegs. Vor die nur nebenbei mal fixen. Besonders viel geben nicht mehr her. Achso, Charaktere sind jetzt alle auf Stufe 16. Was auch nicht so schlecht ist, ne? Sterben können sie trotzdem noch unterwegs. Ja, wir waren beim Lavatempel, wir haben den Malasam geholt. Alles wunderbar. Aber wir haben ja immer noch eine Sache, die noch so ein bisschen offen ist. Und das ist Hagen. Deswegen werden wir uns jetzt mal nach Pandoria verziehen. Tura hat uns ja gesagt, dass eine gewisse Person namens Tantalus wohl dafür verantwortlich sei. Und deswegen werden wir jetzt hier rechts abbiegen. Denn hier befindet sich ein weiteres Kanon, die Reisebüro. Und im Gegensatz zum Wucherkater wechseln die nicht ständig die Standorte, sondern da gibt es tatsächlich mehrere von den Brüdern. So, Wasserpalast, Pandoria. Haben sie alle einen Dachschaden? Wahrscheinlich. Dach der Erlandung mit Sicherheit. Also fliegen wir jetzt nach Pandoria und schauen uns mal an, ob wir eventuell Hagen finden werden. Ah, ich liebe es. Wozu Flugzeuge, wenn man das Kanon die Reisebüro hat? So, und das bringt uns direkt in die Stadt. Wunderbar. Dann machen wir uns direkt mal wieder auf in die Ruinen. Wen haben wir denn hier? Nanu? Heidi? Alles in Ordnung? Mhm. Heidi schweigt und... Huch, sie ist weg. Komm, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. Okay. Viktor müsste auch irgendwo da unten sein. Vielleicht finden wir ihn ja. Okay. Die Typen mit den Masken haben wir ja schon gesehen. Na ja, da ist sie ja wieder. Wisst ihr das? Ja, das ist sie. Hm. Lisa, ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi, übertreib mich so. Ihr Ignoranten. Boah. Lasst mich in Ruhe. Okay. Heidi. Heidi. Hey ihr, macht Platz. Wow. Okay. Schnell, bevor die Heidi etwas zustößt. Sie ist... Hm? Sicher ist Hagen auch hier drin. Entschuldigt. Okay. Der Weg ist mir frei. Wir können rein. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Oh Gott. Allein die Musik. Ich liebe es. Fantastisch, oder? Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Habt ihr nicht bei der Musik auch? Neue Gegner. Was haben wir denn hier? Zombies. Und... äh... fliegende Tomaten. Das ist der Eva-Mantel, den wir an sich auch können. Fleischschwitzer, so heißen unsere Zombies. Und... Na, können wir die nicht treffen? Und... Okay. Der beschwört... anscheinend die Zombies. Und der kann Schutz auferkassen. So. Bei Nahkampfwaffen komme ich nicht dran. Ich möchte auch ungern eine Zauber verwenden. Und ehrlich gesagt mag ich mich auch gar nicht großartig lang mit dem rumärgern. Deswegen gehen wir einfach weiter. Okay. Die Pferde, die kennen wir ja schon. So. Sollten wir relativ bald liegen. Ja, komm. Eigentlich noch. Na? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich bei diesen Gruppen nicht einfach durchlaufen soll. Weil die Hauptlevelphase wird Offscreen erfolgen. Ich werde immer wieder kleine Pausen machen und Waffen nachleveln, und erst danach leveln und so weiter und so fort. Müssten wir mal sehen. Den lassen wir einfach mal weg. Und... So. Gehen wir einfach mal weiter. Okay. Was haben wir hier? Schwerterdienst angreifen. Okay. Können wir mal hier durch. Komm. Zack. Sparen wir uns das Ganze mal und gehen einfach weiter. Level 16 sollte das eigentlich auch kein großes Problem mehr sein. Na. Äh, wo geht's dann? Gehen wir mal nach hier oben. So. Hier rein. Und das sieht mir noch an der Sackgasse aus. Können wir jetzt mal an die Schwerte. Oh, cool. Hier kann ich noch gar nicht level 16. Okay. Ja, hier. Oh, Sackgasse. Hier ist nur noch so einer von diesen Tomatenmännern heißen die. Schwerterdienst machen wir jetzt noch kaputt und dann nehmen wir jetzt den südlichen Weg. So. Die ignorieren wir mal geschwind. Wäre eine super Stelle zum leveln, weil wir ja immer wieder diese Zombies wieder bespannen. Aber da habe ich jetzt relativ wenig Lust drauf. Denn wir haben heute noch einiges vor. So. Und weiter geht's. Hm, 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 hm. Allzu groß war der Dungeon auch nicht. Es dürfte also auch nicht mehr weit sein. Oh, quit. Okay. Das sieht doch schon interessant aus. Und wo? Wer ist das denn? Hörner? Habe ich das richtig gesehen? Bist du Tantalus? In der Tat. Und euch kenne ich auch. Ist das die